M-B-R-E-S M-E-A-M-U-G-E-M-A-F-H-O-L M-E-A-B-L-E-S-P-A-N-Y-S-E-G-T-O-C-O-M-O-E-S I ain't here for the money, I ain't here for the fame So it might be nice to own a gem In einer Runde auf der wunderschönen Map BW Legends auf dem wunderschönen Server Nerox Vase, ich finde diese Map so geil Also ich hab sie noch nie vorher gespielt Oh, das fällt mir jetzt schwer, weil Warte mal, ab Das ist gleich mit Also jeder YouTuber Oder beziehungsweise jeder BW-Youtuber Von dem wurde dann das Gin-Kopf Ja komm, der hat die Picke und ich komm da nicht raus Weil ich's nicht schaffe einfach Da wurden dann halt so Mini-Meet-Checker, MissDNA Und wirklich so die Legenden-Betzke Gleich mit TTC Da drauf Und da gibt's dann halt immer noch So ein lustiges Sprich zu LOL, dieser Hit, der war ultra sick Aber okay Das soll uns jetzt nicht groß abhalten Ich hab auch kein Na wohl doch, ich hab sogar ein Thema So ein halbes zumindest Ich habe einen Hammerkrassen Super-Ultra-Geheim-OP-Plan Von dem erzähl ich euch nicht Weil es ist der Super-Hammer-Krasse-Geheimer-OP-Plan Und Dann ist es nicht mehr der Geheime-OP-Plan Sondern nur noch der Super-Krass-Ultimative-Plan Und das wollen wir ja nicht Weil der Super-Geheime-Ultimative-OP-Plan Blahm Muss ja auch der Super-Geheime Bleiben Und ich glaube, dass ihr ohnehin Nix von Äh Dass ihr Ich glaube ohnehin, dass ihr Nix davon mitbekommt Also sollte es Ohnehin Euch auch nicht groß Interessieren Und ich finde Diese Spawn-Protection Ist so nervig Ich muss sagen Es ist verwirrend Also da steht halt unten Immer so ein Spruch Wacht mal Orange ist raus Okay Ähm Da steht dann unten Immer so ein Spruch Wie zum Beispiel Ich mag Autoclicker Bei Gleichmittel Ich mag Gold Bei Puschi Ich bin eh zu krass Und sowas Und Oh, was bei mir nicht steht Weiß ich gar nicht Ähm Und Da steht dann halt immer So ein Ja Lustiger Spruch Und das verwirrt mich immer Weil ich denke Das ist ein Name-Tag Von einem Player Hellblau Lebt nicht Ach lol Ach ne Schwarz Lebt theoretisch auch noch Ja gut Bei mir ist aber keiner So ganz kurz Ein bisschen Stuff Graben Wenn ich weiter so Durchlabere Dann Gönnung Ich hab richtig schön geleckt Wenn ich weiterhin so Durchlabere Muss ich das gar nicht schneiden Was aber eigentlich Nicht unbedingt Meine Intention ist Alter Der kann halt Reducen His Futter Und er gibt Hits His Futter Okay Die Combo war jetzt Ganz sick Aber Ich brauch was zu essen Weil ich sonst Verrecken werde Und Wieso kommt Gerade zum 8 Mal In Folge Doggy Gefühlt Also Ich mein Ich hab nichts Gegen das Lied Aber Na ich find's lustig Aber Okay Jetzt haben wir Ein Problem Und wenn der mich Jetzt bekommt Was Aua Und ich wurde gespawnt Als ob Nein Diese Runde war so gut Ohne Witz Das ist Oh ne Okay Okay Leute Es tut mir leid Ich krieg gerade Nichts besseres hin Oh diese Map war so gut Ich möchte es einmal Noch ganz kurz nachschauen Was bei mir Nimi Checker steht Das mach ich dann Und dann war es Es auch schon wieder Mit dem Video Ich hoffe Dass es euch gefallen hat Wenn ja Ich hab 50 PS Ja das mag sein Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich ultra Über Like Abo Kommi Abo Like Und Like Und Abo Und Kommi Freund Bis dahin Ciao